So, der Schilling meldet sich zurück aus der Welt von Shakes and Fidget. Diesmal habe ich es mir besser angesehen. Das wird zum Level-Up reichen. So, ich dachte mir, ich mache noch flott das Level-Up, denn das Spiegel-Bild ist, äh, ja, gibt zu 100% ein Epik. Jawohl. So, und dann ist das Teil nochmal um ein Level höher. Und jetzt werde ich es machen, ja. Und es gibt einen kleinen Trick, und zwar braucht man einen Lebenstrank. Und dann nimmt man die Waffe raus. Denn das Spiegel-Bild, das hat immer die eigenen Stats, nur hat das Bild hier keinen Trank des ewigen Lebens. Ja, das ist er. Das ist meiner Meinung nach einer der stärksten Dungeon-Gegner. Ich meine, man muss ihm nur mal in die Augen sehen. So, diese, diese Inbrunst, wie, wie seine Dungeon-Kraft so richtig aus seinen Augen heraus leuchtet. Ja, da habe ich direkt Angst. Also, vor dem muss man sich fürchten. Ich starte einfach mal, habe mich monatelang vorbereitet auf diesen harten Faustkampf. Es wird hoffentlich ein faires 1 gegen 1 sein. Der Gegner ist schon geschwächt, hat 200.000 Lebenspunkte weniger. Aber ansonsten ein typischer Faker. Er heißt gleich, hat dasselbe Level, hat sogar genau gleich geskillt auf den Punkt, genau. Aber es kann nur einen geben. Es gibt nur einen wahren Schilling. Und der wird der linke hier sein. 10 Stunden später. Oder auch nicht. Da, 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 da. Ja, einen Helm habe ich nicht, aber eine Waffe wäre natürlich fein gewesen. Aber Dreierattribute, sehr schön. Ich wusste jetzt nicht mehr, was ist der nochmal? Drakonischer Schädelhelm der Ziege? Gut gehörnt, ist halb gewonnen. Ja, das rennt bei mir. Freut mich auf jeden Fall. In letzter Zeit ging da gut was voran. Ich bin, ja, ich habe sieben Epics. Nein, sechs Epics. So. Aber hier sind noch ein paar und so weiter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Epics. Das geht in Ordnung. Stufe 134. Der hat ja mal echt wenig gegeben gerade. Das habe ich gar nicht so gesehen. Zwei Millionen von zehn. Das war nicht so der Burner. Aber okay. Und jetzt die Mordmaschine. Ja. Also. Das kann noch. Diesmal kann es echt noch dauern. Weil die ist jetzt zehn Level höher. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass man die schaffen kann. Sobald. Acht, neun. Das haben jetzt so gut wie alle Kundis hier. Nehme ich mal an. Acht, sieben. Acht, sieben. Ja, aber weiter kommt man dann. Nicht 90 sogar. Okay. Aber zumindest dann geht es nicht weiter. Acht, neun. Genau. Also jetzt vollkommen egal. Der nächste wird noch ein bisschen dauern. Nehme ich mal an. Ja. Da hätte ich, wenn ich eine neue Epik-Waffe gefunden hätte, dann wäre meine Meinung anders gewesen. Aber so eher nicht. So eher nicht. Gut. Das war es mal davon. Und dann mal schauen, was ich noch von den anderen Servern so vielleicht dranschneiden kann. Irgendwo spülen. Obwohl. Ist demnächst nicht angesagt. Mal schauen. So, weiter geht's. Erstmal löse ich mein Versprechen ein. Habe wieder jemanden gefunden für das Sammelalbum, der sich da nennt. Er ist weg. Und den kloppe ich mal gleich weg. Keine Einladungen. Wenn er zwölf ist, kommt er in die Goldgrube. Okay. Und ich aus der Löwengrube stoße ihn mal hinein. Sehr schön. Neun, acht Prozent glatt. Das passt mal. Gut. Und dann wollte ich jetzt noch, genau, wegen den Level 1 an, hier auf dem Server RTL. Das muss ich auch aufholen. Ich habe mir das am Anfang leichter vorgestellt und jetzt kam S33 dazwischen, dann die Raids auf S14. Ich so, ja, bewerbt euch einfach bei mir. Man kann ja erst ab Level 10 Nachrichten schreiben. Ja, und deshalb, ich habe jetzt die Post gelöscht. Bis auf jetzt kam gerade was rein. Schilling ist tot. Aber ich bin tot oder nicht. So, man greift mich an und schreibt dann in den Charaktertext irgendwas hinein. Ich möchte in die Gilde von Schilling oder irgendwie sowas. Ich möchte zu den Einsern gehören. Was auch immer, dass ich weiß, aha, okay, der möchte zu uns. Genau, dann werde ich einladen und ich weiß, es haben sich schon einige gemeldet, freiwillig, aber ich habe das jetzt alles gelöscht und gleiche Chance für alle. Einer kann sich melden und ein bisschen Gold hineinspenden, dass wir schneller vorankommen hier. Das heißt, der bleibt auf Level 1 auf dem RTL-Server. Ich habe 1460 Arbeitsstunden und ja, der wird ansonsten nichts. Hier sehe ich sogar einen Einser. Python, das Einser-Projekt. 888 Arbeitsstunden ist auch ganz nett. Ich greife mal an, obwohl die Einser haben meistens nicht so viel Gold, würde ich sagen. Oh, doch. Ja. Nett. Sehr nett. Okay. Mit dem Skillen warte ich noch. Der hat dafür weniger Glück geskillt. Ich meine, gegen Einser ist das egal, aber wenn man dann auch Zehner angreift und so, braucht man ein bisschen mehr Glück für ein paar Crits. So, und jetzt kann ich noch schnell... Das wird wohl... Aha. Warum war hier der... War das immer so? Oh. Muss ich hier ein bisschen leiser machen. Oder ich mache... Ja, nein, 30, das passt. So, genau. Ich mache einen... Da weiß ich... Egal, ich nehme die. So. Einen kostenlosen Versuch an der Mordmaschine. Aber da wird lange nichts gehen. Leider, leider wird da lange nichts gehen. Aber ansonsten passt das hier. Ja, S14 kann ich auch mal schnell machen. Da immer ein bisschen skillen, dass ich nicht auf die 100, auf die Milliarde komme. So rum. So kommt der. Der wollte ja beim letzten Mal fast fallen. Aber ich bin, wie man vielleicht gemerkt hat, sehr pilzsparend bei dem Server. Und hau da nicht jetzt einfach 50 Versuche raus, sondern mit der Zeit mal immer ein paar. Kostenlose. Dann vielleicht noch einen Pilz dazu. Und das langt dann auch. Oh, also wenn der jetzt diesmal nicht fällt. Bei so einer Vorlage von der Kunigunde. Zwei Krits schmeißt mir der ums Ohr. Drei hintereinander. Bist du verrückt? Wie kann der dreimal kritten? Dreimal hintereinander. Ich verstehe es nicht. Es ist eine Frechheit. So, bei denen möchte ich jetzt noch keine Tränke einwerfen. Ich habe hier, hebe ich mir mal auf, diese. Für goldenen Lebenstrank habe ich leider noch nicht gefunden. Einfach nur so. Oh, das ist ein bisschen schade, aber gut. Ich meine, ich kann es ja so versuchen. Oh, da habe ich aber einiges gelevelt im Vergleich zum letzten Mal. Da muss ich auch noch skillen. Und zwar ordentlich. Den auch. Ja, da war ich schon länger nicht mehr im Turm. Das muss ja jetzt was werden, oder? So, ein Versuch. Gegen Schneewittchen. Die veräppelte Prinzessin. So kann man sie auch nennen. Oh, sehr schön. Die wird fallen. Ich meine, vom Level her. Oh mein Gott. Da muss ich nicht mal drankommen. So, Daniel. Was machst du hier? Sauber. Und da gibt es was für den Mage. Oh, da muss ich auch noch kurz was ausprobieren. Oder herzeigen. Wow, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und zwar habe ich gestern, also ich versuche es einfach jetzt mal kurz. So, schmeiße hier was in die Toilette. Und zwar den Ring hier. Der hat jetzt Stärke. So. Ach so. Ich kann den trotzdem jetzt schon ausrüsten. Ich habe mich ewig gewundert. Wer war das? Wo ist der hier? Mh, 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 mh. Hier. So, und ich frage mich. Mh, was? Der hat so viel mehr Int als Stärke. Schaue ich so. Nö, das kann nicht sein. Habe die ganze Zeit diese normalen Items angesehen. Geschick. Ich dachte, da ist irgendwas mit Int dabei. Was ich nicht verstehen hätte können. Geschick. Nö, nö. Ich bin nicht dahinter gekommen. Und dann sehe ich mir das an. Int Ausdauer Glück. Jetzt habe ich es gerafft. Und ich dachte aber, ja, keine Ahnung. Wie? Ich bin nicht dahinter gekommen. Ich habe da gestern echt 5 Minuten gebraucht, um das Rätsel zu lösen. Ja, das heißt, vielleicht hat er einfach gesagt, okay, für heute habe ich kein Epic. Aber egal, ich schmeiße meine Sachen rein und ziehe sie dann wieder an. Kann man natürlich machen. Also es gibt Leute, die blättern immer nach Epics, nur für die Aura. Die kaufen irgendwie sogar Glücksepics raus. Also die blättern extra nach Epics, nehmen auch Glücksepics, nur für das Klo. Ich meine, es bringt schon was, die Toilette. Ich kenne auch Leute, die sagen irgendwie, nö, also ich mache das nicht und mit der App, das ist so umständlich. Da wird man ein großes Problem haben. Spätestens seit der Hexe wird man da ein großes Problem haben, weil die Aura bringt einfach so enorm viel. Dadurch werden die Items so viel stärker. Das ist unfassbar, ja. Das heißt, unbedingt machen, selbst wenn man nur, unter Anführungszeichen nur, normale Items jeden Tag reinschmeißt. Unbedingt machen. So, mal kurzer Zwischenstand bei meinen Servern. Aura 21 auf S14, Aura 18 auf S17, Aura 19 auf S20. Ergibt keinen Sinn, warum ich hier weiter bin als da, aber ja, der Charakter war mir wichtiger. Und wenn ich hier mal vergessen habe, ich meine, so viele Server und ich möchte nicht immer was kaufen. Ich warte, bis ich das von einer Quest bekomme. Dann irgendwann vergisst man mal. Und ja, ist doof. Was soll man nur machen? Okay, und das war es jetzt aber auch schon. Und dann würde ich sagen, geht es beim nächsten Mal weiter. Schicks und Fitsche. Schicks und Fitsche. Schicks und Fitsche.